Eine Tür kann man aufschließen oder so aufmachen. Und motorisches Nasebohren kann man heilen. Ich hab jetzt echt mal gesagt, du Ochse sollst nicht mit Popeln auf mich schießen. Oder etwa nicht. Jetzt wirst du Streuch dafür bezahlen. Das war er gar nicht. Ich war das. Die Chaoten-Cops. Durch sie wird Chaos erst schön. Also wieso wirst du zur Polizei? Ich steh auf Leder. Die ist rechtlich. Auch wer eine schlechte Handschrift hat, wird hier genommen. Er muss noch üben. Die hier üben auch. Parksünder bestrafen. Entweder ihr kommt freiwillig mit und macht keine Schwierigkeiten. Oder ich rufe meinen neuen Partner rein. Ich weck mir, das ist auch so neu wie du. Los Kleiner, zeig ihm die afrikanische Kralle. Was sie machen, machen sie gründlich. Es geht daneben. Du hättest fast den Polizeipräsidenten erschossen. Und geht es daneben, wird es vertuscht. Tja, Mädels, das macht 50 muntere Mäuse. Seit wann ist es verboten, bei Rot zu halten, Officer? Quatsch nicht zahlen. Dienstags immer süßer. Die Chaoten-Cops. Ihnen entgeht nichts. Ich fühl's deutlich. Der hat ein großes Kalibber. Ja, 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 ja. Hast du überhaupt einen Waffenschein? Ein kaputter Haufen. Ich sag's euch jetzt zum letzten Mal Hut ab. Zur offiziellen Dienstkleidung gehören zwei linke Schuhe und nicht ein ungleiches Fahrrad. Schlag, Haufen! Die Unterwelt zittert vor ihnen. Damit puste ich euch auf den Mond. Die Chaoten-Cops. Und sie wird Chaos erst schön. Die Chaoten-Cops. Ihr Motto? Bullen sind schön. Und nicht nur auf der Weide. Sie machen das Gesetz menschlich. Hey, Sie. Sind Sie betrunken, Mister? Sie sind ja Bulle. Ich bin ja Vorkoster. Die Chaoten-Cops. Das sind Spinner wie du und ich. Chaoten-Cops.